ein herzliches hallöchen und überhaupt ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt dies ist die zweite folge die auf meinem neuen rendering rechner gerendert wird ich hoffe sie wird was wir waren dabei etwas zu verändern weil ich festgestellt habe ich habe zwischenzeitlich mal was gespielt und das war faktorio und das war nicht dieser spielstand sondern ich habe mir andere spielstände zugelegt und habe die weiter gespielt und eigentlich ist das jetzt gerade das was ich hier gebaut habe nicht so schön ich mache das neu und dafür brauchen wir viel viel platz das ist auch der grund warum ich jetzt spontan hingegangen bin und dieses kleine wählchen entfernt habe das eigentlich gar nicht so schlimm ist alle leute die im parkplatz rausch sind was ich machen möchte können hier schon einiges an metall und sonst irgendwas hinstellen entschuldigung ich denke laut ich sollte lieber was trinken dann er dir nicht was ich denke und es wird eine überraschung ja ich glaube ich war's was ich tue und ich muss das holz mal wieder loswerden und ich muss das holz mal wieder loswerden dafür brauchen wir sehr 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 viele können wir eigentlich schon bessere ja wir können schon besser wenn wir wollten für alle die sich fragen was tut der typ da ja ja das ist einfach eine gelegenheit ach das passt einfach nicht vollkommen so ich setze jetzt einfach mal ein ein alibi ich möchte jetzt einfach mal ein schmelzer aufbauen ich möchte jetzt einfach mal ein schmelzer aufbauen wie ihr seht es wird keine kleine schmelzer sondern etwas größeres ungefähr so und weil es so schön ist machen wir das gleiche nochmal was wollen wir denn jetzt erforschen ich glaube ich habe in der letzten folge sehr sehr viel erzählt das ist quasi eine quatschfolge geworden ich wollte das mal loswerden ich habe noch Steine die könnte ich mal hier einschmeißen damit können wir zumindest die eine Mauer mal wenden ja jetzt weiß ich gerade nicht was ich erzählen will außer dass wir jetzt noch weiter die Mauer bauen wenn ich ab und an meinen Schluck trinken muss weil ich jetzt quasi 30 Minuten am Stück gesprochen habe über meinen neuen Blog über ähm meinen alten Blog über meine Twitter Seite über meine Google Plus Seite über meine Facebook Seite die ihr erreichen könnt über SaschaT.de ja und da sind eigentlich schon alle Links die ihr finden könnt da könnt ihr mich wahrscheinlich auch auf Instagram finden und wie auch immer aber das habe ich gleicherweise für euch jetzt noch zu vernetzen falls du jetzt neu bei diesem Spiel bist also bei diesem Let's Play bei mir hallo und herzlich willkommen ich bin Sascha T und äh was du über mich wissen willst findest auf SaschaT.de also ähnlich ich denke mal ich werde dann auch irgendwann mal sowas wie ein FAQ setzen oder sowas wenn irgendwo Fragen sind wer weiß wer weiß wer weiß ich glaube nicht dass das so schnell passieren wird dafür bin ich einfach zu unbekannt aber das ist mir eigentlich auch egal dann habe ich weniger Arbeit also keine Fragen stellen Klappe halten und wir sind jetzt gerade im Moment dabei ein neues Stück Schmelze zu bauen also eine neue große Schmelze zu bauen weil mit dem kleinen Ding ab in unten bin ich nicht zufrieden so da noch ein paar Steinmäuerchen gut mit 50 kommen wir nicht weit 200 Fließbände und dann aber so dann hier ist es eher so ein bisschen skizzenartig und ich glaube ich habe mich da nicht mehr vertan ich brauche dann nämlich noch ein bisschen mehr Platz ich brauche dann nämlich noch ein bisschen mehr Platz ich brauche dann nämlich noch ein bisschen mehr Platz ja das ist sehr spannend wenn man jemanden zuschaut hier Dinge abreißt die er vorher selber hingeklafen hat ich könnte das ganze natürlich mit dem mit der Planungsmotion versehen verziehen aber wer denn das war's? dann würde ich mich ja für voll halten so könnt ihr einfach mal sagen so Pfff Idiot so habt ihr doch wenigstens ein bisschen Spaß dabei wenn ich mir eine abfrage so ich muss mal ganz kurz mal einen zweiten Monitor sagen dass er auch anbleiben soll ja in der Wiesbarkfunktion alle paar jubel Jahrhunderte sagt er einem äh du ich bin müde möchtest du nicht dass ich ins Bett gehe? und ich sage nein heute nicht wenn das so wird wie ich es mir vorstelle wenn wir bei dem Metall schwimmen nachteilig ist wir müssen natürlich auch noch die Produktion ein bisschen hin und her schieben und so weiter aber das ist das passt jetzt schauen wir mal wie viel wir jetzt 75 einmal hier durch das könnte funktionieren muss es aber nicht ich versuch's ich versuch's irgendetwas muss hier eine Mauer bauen ja jetzt laufen wir erstmal hoch jetzt wollte ich doch eben fix ein paar Fließbänder mitnehmen ach es wird doch noch dunkel perfekt dunkelheit ist natürlich das ideale Mittel um einmal irgendwo rum zu laufen durch die fremde Wildnis wo niemand eine Mauer gebaut hat um einen vor den Gefahren des Alltags zu schützen oder den fiesen Eldien Bestien und dann nochmal durch den Wald zu laufen yay ja guck mal hier sind fette Steine Juhu es hat funktioniert wir haben auch die Mauer fertig Jetzt können wir uns natürlich überlegen, ob wir noch schnell hier rüber eine Mauer bauen und dann da noch ein bisschen claimen und hier nochmal ein bisschen claimen, weil da haben sie schon was umgebaut. Und ja, ignorieren brauche ich nicht. Und ob wir dann noch schnell hier unten rum was bauen, wenn wir dann dabei sind und so weiter und so fort. Würde natürlich Sinn machen, weil desto mehr wir jetzt claimen, desto weniger brauchen wir später erobern. Auf der anderen Seite, ich glaube, das wird ein wenig langweilig für euch, wenn ich hier die ganze Zeit durch die Gegend laufe und laufe und laufe und laufe und laufe und laufe. Aber vielleicht freut es euch einfach, wenn ich rede und dabei nichts anderes tue und einfach mal vor mich hin laufe und irgendwann kommt einfach mal ein anderes Geräusch, weil ich über den anderen Untergrund laufe und dann laufe ich mal weiter und noch ein Stück und wieder noch ein Stückchen und noch ein Schritt für den anderen und noch ein Fuß für den anderen. Und dann sind wir wieder bei Fließbännern angekommen und da fragt ihr euch wahrscheinlich immer noch, was tue ich da eigentlich, wie tue ich das und warum tue ich das? Das ist mir aber vollkommen egal, weil das will ich euch dann einfach zeigen, wenn es soweit ist. Da hatten wir eigentlich irgendwo eine Produktionsmöglichkeit, war ich faul genug, um zu sagen, ich möchte die Dinger hier selber, nein, ich glaube, die produzieren sich leider nicht so selbstständig, wie es mir gedacht hab. So, und da ich gelernt habe, wenn wir jetzt gleich erst mal hier hingehen und definieren, dass sie so ein Megabus werden, die Karte, wir definieren jetzt einfach mal hier, das hier wird für Metall, dann haben wir hier Kupfer, dann werden wir hier Stahl nehmen, dann brauchen wir noch ein später für Kode, das müssen wir anders machen, das müssen wir definitiv anders machen, das liegt einfach alles zu nah beieinander, Metall, dann wollen wir Kupfer haben, das Ding, das ist Stahl, ich wollte in Stahl, ich muss doch weit auseinander gehen, so, Kupfer, Stahl, in welcher Stärke, also wie viele Bänder wir dafür verwenden, das werden wir dann später ausfinden, das zeige ich euch dann, wir brauchen noch das da, wir brauchen noch das da, was brauchen wir von da oben noch? Wir werden diese Sachen produzieren, wir werden auch Siegel noch haben, logischerweise Siegel, das da, haben wir noch irgendetwas, was wir produzieren werden, hier oben in einer Schmelzeinrichtung, eine Menge Zeug, nein, Fische, Uran, nein, das wird uns auch hier nicht passieren, gut, dann werden wir nämlich vier Bänder Eisen haben, zwei Bänder Kupfer, zwei Bänder Stahl, eins Kohle, Stein, Eisen, Siegel, was hatten wir da noch? Kohle, Stahl, Eisen, Siegel, das müsste eigentlich funktionieren, dann haben wir nunfalls noch ein bisschen Platz, äh, ja, nicht, so, jetzt muss ich mal ganz kurz was nachschauen, und zwar, ja, das brauchen wir jetzt mal da schauen, die Teilchen kennen Sie sogar noch auswendig, habe ich da, nein, ich habe natürlich keine, Tja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was will der jetzt, was will der jetzt? So, ich brauche noch ein paar andere Sachen, nenne ich davon ein paar, dafür wollen wir die Eisenplatten, und dafür ein paar, dafür wollen wir noch elektronische Schaltkreise, die produzieren wir glücklicherweise schon, das heißt, es geht ein bisschen schneller, da brauche ich auch noch ein paar, hauptsächlich die Eisenplatten brauche ich, die schnappen wir jetzt jetzt einfach davon, ich brauche zwei Stück davon, ich brauche, fünf Stück davon, das Ganze könnte ich natürlich jetzt auch schon in Rot machen, aber, wir haben im Moment so wenige Ressourcen, die müssen wir erstmal ein bisschen was verbessern, die Ressourcen, äh, Sachen hier mehr, ich hatte sogar noch einen, zack, zack, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das so gewesen sein, und zwar ist das ein, 4x4, Feld, Balancer, das heißt, hier kommen, vier, also, vier, ähm, Bänder rein, Und die werden dann entsprechend auf die anderen vier Bänder, die da hinten dran sind, gebalanced. Das heißt, alles was hier reinschließt, wird automatisch gleichzeitig auf die Sachen verteilt. Das können wir jetzt einmal ganz kurz zeigen. Wenn ich hier zum Beispiel Zeug reinschmeiß, auf welche Seite auch immer, da wollte ich jetzt nicht draufklicken, wird das automatisch verteilt auf die gleiche, auf die Lane, die hier unterliegt. Zwar ungefähr gleich, also was heißt ungefähr gleich, ziemlich gleich. Jetzt ist es natürlich wunderbar, dass wir da einen optimalen Weg gelegt haben, der schon ziemlich lang ist. So, diesen Scheiß müssen wir nämlich alle wieder einsammeln. Ist zwar die Eisenlane, da sollen auch vier Eisenlanes durchlaufen, aber ich möchte das Ganze erst mal so weit haben, dass ich hier was reinschmeißen kann, dass es automatisch produziert wird. Ich möchte hier insgesamt vier Blöcke haben. Die werde ich etwas überdimensionieren für die gelben Belts, die wir hier haben. Das ist schon so gewollt. Weil ich einfach hingehen möchte und das Ganze schon für rote oder blaue Belts auslegen möchte. Das heißt, da baue ich einfach mehr nebenbei als notwendig. So. Nachteilig ist, dass wir gerade die ganzen Ziegel verbrauchen. Die bräuchten wir eigentlich für Schimmelsöfen. Aber wir können ja derweil noch mal viel Spender nehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich von Anfang an machen sollen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Lp angefangen habe, war ich noch total unschuldig und wusste von nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Stück Mauer zu, beziehungsweise kann ich endlich nicht. Ach, ich mache da aus dem Loch in der Mauer jetzt einfach meine Griechkirche. Ich weiß nicht, die nicht so gut geht. Das ist so cool. Ich habe da aus dem Loch in der Mauer jetzt schon. Ich habe das hier nicht. Wir домen. Ich habe das hier nicht. Ich habe das hier nicht. Ich habe das hier nicht. Für die Leute, die sich wundern, was ich jetzt, wenn ich da immer wieder das Stück Mauer drum herum baue, relativ einfach, zum einen, du erkennst den Eingang sehr gut auf der Karte, und zum anderen, du kannst hier zum Beispiel noch einen Geschützturm reinsetzen, und wenn hier irgendwas durchbrechen sollte, müssen wir trotzdem einfach außen rum, beziehungsweise nochmal durch die Mauer durch. Die Mauer haben wir, weil ich bin versucht, hier einfach mal rüberzubauen, den da den Weg abzuschneiden, aber wir haben nicht sehr viel, wir haben nur die 90 Stücke, 90 Stücke ist nicht sehr viel, aber wir können jetzt mal beginnen. Jetzt habe ich meine Uhr natürlich nicht eingeblendet, ich will ja auch schauen, dass die Folgen weiterhin sehr praktisch, gleich lang werden, wie groß ist das, die 2,5 Millionen Eisenherz? Wir haben ausgesorgt für... Ich glaube... Ich muss da erstmal ankommen... So... Da brauchen wir jetzt nochmal ca. 150 Stück Mauer... Wir brauchen dringend Stromio... Sehr, sehr dringend... Ja, wir können die da bauen... Das ist natürlich schade, dass wir nur die kleinsten Möglichkeiten haben, um Strom herzustellen. Strom zu transportieren, Entschuldigung. Ja, das hat ja gut geklappt... Denker Autosave... Ich würde da oben gerne noch ein Radar hinstellen... Die Dinger funktionieren einfach nicht ohne Strom... Komm... Jetzt können wir auch gehen... Weitert machen sie 2 Stück... Zum Glück brauchen wir hauptsächlich Holz, weil Kupfer war ja noch ein bisschen... Und wo das Holz liegt... Das wissen wir ja... Ich habe jetzt gerade... Nicht unbedingt die große Lust, neue Bäume abzuhacken, auch wenn wir das irgendwann müssten... Ich sammle jetzt... Da habe ich sie gelegt... Das ist aus der Kiste... So... Machen wir es mal so... 55... Davon... Guck mal... Wir können schon Bauroboter erforschen... Aber die müssen wir erst mal bauen... Nicht, dass wir einen überdimensionierten Forschungskomplexe haben... Aber... Kaum irgendwas... Dazu bringen können... Äh... Faust zu werden... So... Davon können wir gleich auch noch eins bauen... Das wird nämlich am Ende der Strecke... Aufgehangen... Also... War es schon... Eingemacht... Und dieses Spiel... Zieht sich... Ich bräuchte glaube ich irgendein Fahrzeug... Oder ein Auto... Oder... Dafür bräuchte ich Motoren... Und die Motoren... Kann ich nicht selber herstellen... Ne... Doch... Wollten... Eigentlich... Aber ich weiß es nicht... Das war auch super... Schade... Ich hätte gehofft, wenigstens zu dem See zu kommen... So... Dann bauen wir jetzt noch... Fix das... Ja... Super... Wenn man auf die Uhr guckt... Und nicht darauf achtet, wo man hinrennt... Dann einfach irgendwo hin... Hätte ich das erwartet... Dann bauen wir noch das Radar auf... Ich glaube... Dann war es das auch wieder fast... Für diese Folge... So... Einmal in die Richtung... Ja... Das hier ist eigentlich... Ungeschütztes Gebiet... Absolut... Ungeschütztes Gebiet... Das sehe ich auch... Vollkommen ein... Das ist mir aber auch... Endlich... Ein bisschen egal... Weil ich gerne wissen will... Das läuft ja gut... Wie es da hin weitergeht... So... Dafür ist dieses Radar einfach super... Jetzt können wir nämlich hier noch ein bisschen was rausfinden... Kriegen die oben noch ein Stückchen mit... Dann können wir auch planen, wie wir die Mauern weiterziehen... Und noch haben wir den Strom... Auch das muss ich nochmal gleich ein bisschen abändern... Oder demnächst... Weil... Ja... Die drei Kessel, die wir da laufen haben... Das ist ja eigentlich lächerlich... Was ist alles lächerlich ist das... Ich bin das aus meinen anderen Spielständen etwas anders gewohnt... Und das möchte ich gerne auch hier haben... Aber gut... Das, was wir da gebaut haben... Ist schon mal eine solide... Anstieg... Äh... Anstieg... Bauweise... Schauen wir mal... Wie viel... Wie viel... Meierchen wir noch haben... Vielleicht machen wir die jetzt noch... Fertig... 41 Steinmauern... Das... Das machen wir noch eben fix... Und es tut mir leid... Wir werden wahrscheinlich die nächsten... Folgen die ganze Zeit durch die Gegend laufen... Irgendetwas tun... Und weiter und so fort... Wir werden nicht sitzen bleiben und Tee trinken... So wie es auch sein könnte... Dafür empfehle ich euch dann Minecraft... Da kann man sich auch ab und an einfach mal zur Ruhe setzen... Also... Nicht so... Sondern einfach nur mal... So hinsetzen... Und schauen was man gemacht hat... Da fällt mir ein... Minecraft muss ich natürlich auch mal wieder... Weiter aufnehmen... Und zu dem jetzigen Zeitpunkt... Habe ich genauso viele Minecraft-Folgen... Wie Faktorium-Folgen übrig... Und ich möchte beides eigentlich hier weiterführen... Und da es im Moment auf welcher Basis erscheint... Jetzt habe ich mich erschreckt... Da ich beides weiterführen möchte... Und weiterhin auch auf welcher Basis... Weil ich sagte irgendwann mal... Irgendwo glaube ich... Irgendwas super aktuelles... Ein Blockbuster... Um es mal in der Filmindustrie zu sagen... Also Filmindustrie-technisch... Dann... Bekommt ihr sehr sehr viel davon mit... Weil ich das dann sehr wahrscheinlich auch... Sehr stark... Spielen werde... Und... Zum einen weil es mich halt... Und zum anderen weil ich dann einfach sage... So... Hey... Ich kann euch natürlich jetzt nicht eine Woche darauf warten lassen... Dass ihr seht... Wann das nächste Mal... Das Super-Topspiel läuft... Sondern... Das werde ich dann... Erhöht raushauen... Und nicht nur... Einmal pro Woche... Sondern ein bisschen öfters... So wie ich es im Moment mit Conan Exiles mache... Da kommen ja auch zwei Folgen pro Woche raus... Das... Ähm... Habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig gemacht... Auf der anderen Seite... So wie ich das gerade sehe... Wir schaffen es im Moment nicht aufzunehmen... Ist das auch ganz gut so... Weil... Da können wir einfach die nächste Folge entspannt angehen... Und ihr habt trotzdem noch was zu gucken... Und... So werde ich das dann auch bei anderen Sachen machen... Die ich dann quasi für mich als Blockbuster deklariere... Im Moment... Jetzt... Stand... Vor... Fünf Tagen... Ist ja auch die erste Machinki... Ähm... Folge rausgekommen... Und die ist quasi für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen... Die hat innerhalb von drei Tagen 50 Views bekommen... Das ist... So viel wie eigentlich fast... Sonst andere... Äh... Andere Sachen nicht... Und ich muss sagen... Wow... Ich bin fast geflasht... Ich kenne das natürlich... Überhaupt nicht so... Ich habe zwar schon... Äh... Auch schon Folgen... Die haben 120 Views... Das sind dann... Stellaris... Ähm... Die unendlichen Gespräche... Beziehungsweise die Kugel der Unendlichkeit... Die ist glaube ich dann einfach... Interessant gewesen... Aber... Stellaris ist ja eins meiner ersten LPs gewesen... Und die Folge war glaube ich die Folge Nummer 4... Und dementsprechend ist das... Kein Vergleich... Und ich glaube das reicht... Nicht für das Stück... Dementsprechend werden wir das einfach am nächsten Mal machen... Ich danke euch fürs Zuschauen... Und freue mich darüber, dass ihr zugeschaut habt... Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da... Wenn es euch gefallen hat... Solltet es... Ähm... Euch... Euch nicht... Gefallen haben... So schaut doch gerne einfach mal bei einem anderen Letzby von mir rein... Vielleicht gefällt euch das mehr... Sollte ich euch nicht gefallen haben... Gut... Da kann ich jetzt aber auch nichts dafür... Also dann... Gehabt euch wohl... Bis zum nächsten Mal... Tschüss.